Häschen kommt zum Terminator und fragt ihn, Hacke Möhren. Der Terminator antwortet, Nein, ich habe keine Möhren. Am nächsten Tag kommt Häschen wieder und fragt den Terminator, Hacke Möhren. Der Terminator antwortet, Zisch ab und komm nie wieder zurück. Am nächsten Tag fragt das Häschen den Terminator wieder, Hacke Möhren. Daraufhin antwortet der Terminator, Wenn du noch einmal kommst, schlage ich dir deine Zähne raus. Am nächsten Tag kommt das Häschen wieder und fragt, Hacke Möhren. Der Terminator holt aus und sagt, Hasta la vista, Bunny. Und schlägt Häschen alle Zähne raus. Am nächsten Tag kommt das Häschen wieder und fragt, Hacke Möhren, sagt, Hallo, ich bin Jens der Christ und manchmal wünsche ich mir, dass wir Christen genauso hartnäckig sind wie Häschen in diesem Witz. Wir haben eine gute Botschaft zu verbreiten, aber es gibt Leute, die uns daran hindern wollen. Wir sollten uns nicht einschüchtern lassen, unsere Botschaft zu verbreiten, auch wenn es für uns unangenehm wird. Und wenn du auf Widerstände stößt, dann erinnere dich daran, was Häschen in diesem Witz gemacht hat. Es hat einfach weitergemacht und hat sich nicht einschüchtern lassen.